Ist das euer Ernst, EA? POTM Ben Yedda ist draußen mit einem riesen Fail und wir hoffen, dass wir ihn wirklich kostenlos abgeschlossen haben. Wieso, weshalb, warum, seht ihr jetzt. An die smarteste Community auf YouTube, herzlichst willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, wir müssen heute über eine Sache reden, die gestern Abend rausgekommen ist und wo ich gedacht habe, wie kann das bitte sein? Aber welcher EA-Azubi hat sich denn an diese SPC gesetzt? Denn es geht um die Ben Yedda POTM SPC. Darüber reden wir heute komplett, denn ich habe den innerhalb von 10 Minuten komplett abgeschlossen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir den vielleicht sogar kostenlos abgeschlossen haben. Wieso, weshalb, warum erfahrt ihr gleich. Video wird unterstützt von OneFootball und StartsWack. Denkt dran, Paxton kann süchtig machen und denkt dran, wir haben natürlich wieder kein Kooperationsvideo. Deswegen wird auch heute eine Frage der Community drankommen, über die wir quatschen werden. Was ihr dafür tun müsst, einfach mir auf Instagram folgen. Smacksie eingeben, ganz einfaches Prinzip. Und da könnt ihr eure Fragen stellen, haltet sie so, dass ich sie auch benutzen kann in einem Video. Denn ich will aktuelle Fragen natürlich raushauen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Kuss geht raus und damit wollen wir rein starten. Ihr seht es im Hintergrund schon. Denn die POTM Ben Yedda SPC ist ja nicht mehr zur Verfügung gestellt. Wieso, weshalb, warum, sollte, denke ich mal, für jeden jetzt mittlerweile klar sein. Ich habe es um 19.01 Uhr, glaube ich, direkt getwittert. Ich habe es auf Twitter gesehen, dass es fünf SPCs gab bei dieser SPC von Ben Yedda. Und da gab es eine SPC namens 86er Rating. Dann bist du auf das 86er Rating draufgegangen oder auf diese SPC. Und dort war aber nicht als Anforderung, haut ein 86er Team dort rein. Nein, dort stand einfach, kippt dort bitte ein 80er Team ab. Hm, also da war ein Azubi von EA definitiv wieder mit am Start. Grüße gehen raus. Heißt sozusagen, statt 150k, 170k, die ihr vielleicht ungefähr für die 86er SPC bezahlt hättet. Ich weiß gar nicht, wie viel die insgesamt kostet. Habt ihr insgesamt vielleicht 7.000, 8.000 Münzen bezahlt. Das war's für ein 86er Team. Heißt sozusagen, ihr habt das Ganze natürlich gut ausgenutzt. Denn es gab ein 30k-Pack für 7k, nimmt man das mit. Nur eine Liegen-SPC nennt man sich, da nennt man das auch. Und danach wurde die SPC aber innerhalb von einer Viertelstunde wieder rausgenommen. Ihr seht aber im Hintergrund, dass ich diese SPC komplett abgeschlossen habe. Ich hab richtig, richtig Gas gegeben, weil ich wusste, die SPC können sie so nicht stehen lassen. Sie werden sie wieder rausnehmen. In der Hoffnung, und da hoffe ich sehr drauf. Das wäre der perfekte Fall, den es eigentlich gibt. Und zwar, dass EA sagt, für alle die, die die SPC schon ein Stück weit abgeschlossen haben, teilweise abgeschlossen haben, vielleicht auch komplett abgeschlossen haben, dass sie einfach ihre Spieler wiederbekommen. Und wir sozusagen den POTM Ben Yedda, den ich sowieso gemacht hätte, weil Ben Yedda einfach eine absolut krank geile Karte ist, dass wir den einfach sozusagen kostenlos abgeschlossen haben. Aber EA hat natürlich darauf auch reagiert und hat auch was geschrieben. Und zwar folgendes, das möchte ich euch auch mitteilen. Es gibt halt einen Twitter-Account, der nennt sich FIFA Direct Communication. Bedeutet sozusagen, da wird alles eben getwittert, was sie an Fails eben wieder offenbart hat, beziehungsweise was sie wieder gut machen müssen. Es ist noch nichts genaueres raus. Die POTM SPC ist dazu jetzt noch nicht draußen. Sie haben aber gesagt, beziehungsweise geschrieben, dass sie halt eine falsche Anforderung hatte, die League of POTM SPC. Und dass sie die rausgenommen haben, dass die SPC zu einem späteren Zeitpunkt mit den richtigen Anforderungen zurückkehren wird. Und für diejenigen, die es, und das ist das große Thema, die es teilweise abgeschlossen haben, prüfen wir es und werden hier ein Update veröffentlichen, wenn wir können. Danach kam der Tweet. Und Teilvorschritte werden aufgrund aktualisierter Anforderungen nicht gespeichert. Wir arbeiten derzeit daran, die Gegenstände für Spieler zurückzugeben, die die SPC teilweise abgeschlossen haben. Bleiben Sie auf dem Laufenden, um weitere Updates zu erhalten. Ich denke, ich habe einen großen Fehler gemacht. Und zwar hätte ich die POTM SPC nicht komplett abschließen müssen, sondern ich hätte das 87er, 86er Team, 85er Team und ein 84er Team abgeben müssen. Und eine 84er SPC hätte ich, glaube ich, liegen lassen sollen. Ich weiß nicht, was sie sagen, weil es handelt sich immer wieder darum, dass es geschrieben wird, teilweise abgeschlossen. Und wir haben sie halt komplett abgeschlossen. Nichtsdestotrotz, wir haben sehr, sehr viele Untradables abgegeben. Das habt ihr natürlich auch gesehen. Denn die Frage halt ist jetzt, bekommen wir unsere kompletten Spieler wieder? Das wäre sensationell. Sagen sie, hey, du darfst den POTM SPC da einfach behalten. Ja, okay, haben wir ungefähr 160k gespart. Mit den Untradables haben wir wahrscheinlich kaum was ausgegeben. Ich gehe so auf 300k vielleicht ein, was für den Preis sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Weil ich denke, auch wenn ihr da wird ein Winter-Upgrade bekommen. Oder im schlechtesten Fall sagen sie einfach, nö, du kriegst einen Spieler nicht zurück. Und nö, POTM Benjeda hast du eigentlich gar nicht abgeschlossen. Und deswegen will ich auch das Video machen, damit es halt jeder sieht, damit ich auch Beweise habe. Und wenn das der Fall ist, dass mir POTM Benjeda weggenommen wird und ich den nochmal machen muss, für die 600k oder was er kostet, dann gibt es ein schönes Ansage-Video. Klicks auf EA Snacken. Aber ganz entspannt. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Und das ist so eine Sache, wo ich mich frage. Es gibt so viele Fehler bei FIFA. Und eine ganz, ganz große Sache, die ich mir stelle. Wieso ist EA so unfassbar schnell, wenn es darum geht, Fehler zu beheben? Und zwar Fehler, die der Community zugutekommen. Ja, es gab ja das Beispiel, gerade bei Iconswaps, ihr konntet sogar die Online-Iconswaps bei den Squad Battles ablösen oder lösen. Das Ding wurde innerhalb von 30 Minuten, zack, behoben, behoben, behoben. Ging einfach nicht mehr. Ging ganz, ganz schnell. POTM Benjeda wurde wir uns zum Vorteil gemacht, dass wir halt ein 80er Rating, schon ein 86er Rating abgeben müssen. Innerhalb von einer Viertelstunde ist das ganze Ding weg und wird behoben. Was ist aber mit den ganzen anderen Sachen, die uns wahrscheinlich als Community am meisten stören? Ja, was ist damit? Das wird innerhalb von nicht mal drei Monaten, nee, das wird in sechs Monaten erst gefixt. Und da frage ich mich, wieso kann man denn nicht bei allen Sachen, die vielleicht ein Fehler behaftet sind, genauso schnell handeln, wie bei Fehlern, die... Ja, der Community zugutekommen. Ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch nicht, wieso man, ja, keine Ahnung, wie man so eine SBC so versauen kann. Weil ich habe mal mit jemandem geredet und der hat gesagt, das Ganze geht durch mehrere Instanzen. Ja, das gucken sich mehrere Leute an, bevor eine SBC veröffentlicht wird. Und es kann doch nicht sein, dass einfach fünf Leute es einfach nicht checken, dass dort statt einem 86er Rating ein 80er Rating steht. Ich verkapiere es nicht. Sorry, Jungs, das ist für mich unverständlich. Aber nun gut, ja, ich bin gespannt, was mit POTM Benjeda wird. Wir können ihn leider nicht sehen. Ich kann auch nicht wissen, ob ich ihn wirklich schon im Verein habe. Ich bin halt anesigned. Ich hoffe immer noch, dass die ganzen Spieler steigen. Aber wir sind jetzt endlich im FIFA drin. Ich denke, ihr habt alles deutlich gesehen. Ich muss euch eins sagen. Ihr seht, ich habe nur noch 3,1 Millionen auf dem Konto. Liegt einfach daran, dass ich ein bisschen UV machen werde. Ich probiere es zumindest. Ich habe es euch ja schon mal in den letzten Tagen angesprochen. Vinaldo und Adama Traoré habe ich mir geholt. Aguero, Cannavaro sind halt einfach Spieler, die ich dann im Main-Team habe. Die einfach mal ab und zu weg gehen. Firmino, Hero, Lewandowski, Luis Alberto. Wir haben Moreno, Gomez, Daúl Martinez, Ressus, Bernardo, Curé mit am Start. Es sind erstmal nur 18 Spieler, denn ich hatte nicht so viele Plätze frei. Sam Brotta, Mertens, Mares, Roman Nolli, dazu noch Juan Ressus. Und das müsste es, glaube ich, fast gewesen sein. Nein, Kane und Vardy haben wir auch noch mit am Start. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich komplett alles Budget, was ich habe, ins UV stecken werde. Erstmal gucken, wie es überhaupt anläuft. Mit 18 Leuten ist das natürlich immer schwierig. Ich empfehle natürlich euch immer, wenn es darum geht, immer Gas zu geben mit sehr, sehr vielen Spielern. Unterschiedliche Spieler und so weiter und so fort. Aber wir werden uns überraschen lassen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielleicht mache ich das Ganze auch mit Tech-Avion. Müssen wir mal schauen. Kommen wir aber jetzt zur Community-Frage. Und zwar kam die Frage von SXSCHX7-Grüße gehen auf jeden Fall raus, mein Lieber. Er hat gefragt, lohnt es sich in Sanson zu investieren oder allgemein in Headliners? Gutes Thema, über das wir natürlich gerne nochmal reden können. Und zwar, die Headliners sind natürlich draußen. Heute Abend wird übrigens noch das zweite Team veröffentlicht. Und es wird noch eine zweite Prediction kommen von mir zum zweiten Team. Das bedeutet für euch sozusagen, heute Doppel-Upload, dafür morgen kein Upload, weil ich einfach morgen bzw. am Samstag sehr, sehr viel zu tun habe. Und zwar, gehen wir mal rein in die Headliner-Preise. Und ich muss eins sagen, investieren kann man. Definitiv. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist, glaube ich, Gerard Moreno. Ja, Moreno ist eine Karte, die vielleicht nicht jedermann spielt. Gar keine Frage. Aber wenn wir uns mal die Special-Karten angucken von Gerard Moreno, dann sehen wir eindeutig, dass er natürlich Informs hat. Wir haben 86er Informs, wir haben 84er Informs. Und wenn wir einfach mal die Informs uns anschauen, dann werden wir erkennen, bzw. gehen wir mal auf die billigsten Karten ein, dann werdet ihr sehen, dass der Headliner zum Beispiel günstiger ist als der 86er Inform. Heißt, ich gehe davon aus, dass definitiv im Gegensatz zum 86er Headliner der 87er höher steigen wird. Wieso, weshalb, warum? Erstens, er ist ein Punkt oder ein Stärkepunkt besser und zweitens, er ist dynamisch. Heißt sozusagen, vier Siege schon alleine reichen aus, um ihn auf ein 88er Rating zu setzen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ihr den mitnehmen könnt. Würde aber maximal 27k für ihn bezahlen. Ja, das würde ich maximal nutzen. Den Preis, das kann man auf jeden Fall machen. Investieren in größere Karten würde ich erstmal unterlassen. Gerade in solche Spieler, wie zum Beispiel einen Salah, einen Neymar, Lewandowski, Mertens, Walker, Varane, Naingulan. In solche Karten würde ich persönlich gerade nicht unbedingt investieren. Liegt einfach daran, dass ich finde, dass diese Karten schon sehr, sehr teuer sind. Zum einen kommen viele, viele andere Special-Karten raus, die genauso interessant werden. Und zum anderen, was man auch sagen muss, sind solche Spieler, je weiter natürlich FIFA fortgeschritten ist, auf jeden Fall Kandidaten, die sinken können. Weil es kommen immer bessere Karten auf den Markt. Es wird das Team of the Season geben. Insgesamt würde ich sagen, investieren nicht unbedingt in die ganz, ganz teuren Spieler. Zum Beispiel, andere Sache, Jamie Vardy, 130k. Oder kostet gerade 140k. Wenn ihr morgen Abend sinken solltet, oder heute Abend, wenn das neue Headliner-Team raus ist, für maximal 130k, 125k, könnt ihr den, denke ich mal, mitnehmen. Weil, wie gesagt, sie sind halt dynamisch. Sie können im Preis sehr, sehr schwanken, sie können fallen, aber sie können auch steigen. Gerade solche Karten würde ich zum Beispiel mehr mindestens einmal in den Verein packen. Und so, wie ihr seht, habe ich es natürlich auch, die ganzen Spieler ganz entspannt auf der Transferliste, wegen UV. Andere Karte, Luis Alberto. Ja, auch er kostet gerade 48k für ein 88er-Rating. Kann relativ schnell ansteigen. Geht völlig in Ordnung. Solche Preise kann man mitnehmen. Sowas kann man auch mal investieren. Und sowas kann man auch mal riskieren. Ja, sowas geht auf jeden Fall. Klar, das könnt ihr machen. Da sind halt die Verlustängste, die man hat, nicht ganz so enorm. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, ich hol mir jetzt einen Neymar für 4 Millionen. Wenn der auf 3,5 fällt, das kann nämlich ganz, ganz schnell mal gehen. Ja, da haben wir einen Salat. Ja, und wenn man Alberto sagt, und der geht auf 40k, gut, kann man immer noch sagen, die 10k-Verlust. Nimmt man mal mit, ist zwar nicht schön, aber Verluste gehören auch dazu. Ein weiterer Kandidat, wo ich sage, Saúl, ist definitiv ein Kandidat, der sehr gerne mal steigen könnte. Atletico Madrid kann sehr gerne auch mal vier Spiele gewinnen. Des Weiteren ist Saúl immer für einen Inform bereit. Ja, und wenn er einen Inform kriegt, mitnimmt zum Beispiel 87er Rating, geht er ja eh auf 88 hoch. Und seine Werte sehen jetzt auch nicht so schlecht aus, dass man sagt, ja, den braucht man oder kann man überhaupt nicht spielen. Den kann man sogar meiner Meinung nach als Achter spielen, als Zehner nicht unbedingt, aber sogar auch als Sechser. Ja, das sind solche Karten. Und andere Karten, wie zum Beispiel Lewandowski, wie Mertens, würde ich halt einfach weglassen. Ja, Plea könnt ihr ja spielen. Sanson ist auch eine Möglichkeit, die ihr mitnehmen könnt. Sanson kostet ungefähr 27k. Da könnt ihr auch mal reingucken, wie sieht es denn da aus, was die Preise angeht. Um das einfach mal zu schauen, vielleicht ob sein Inform niedriger liegt oder nicht. Da könnt ihr auf jeden Fall immer reingucken. Da haben wir natürlich hier zum Beispiel die 82er Ratings, die natürlich eindeutig günstiger sind. Und ja, der 84er, er hat gute Allround-Stats. Den kann man sehr, sehr gerne gut und sehr gut und gerne linken, zum Beispiel auch mit Ben Jedder, POTM. Und den kann man zum Beispiel auch spielen als Achter und als Zehner. Und wenn nicht sogar, wenn es Risiko beaffnet, ist er auch als Sechser. Aber mehr würde ich dann auch nicht machen. Das ist meine Meinung zu den Headlinern. Das würde ich persönlich tun. Guckt euch die Preise an. Gerade guckt heute Abend auf jeden Fall nach, wie es aussieht. Oh, schade, hätte man ja vielleicht fast gekriegt. Guckt euch auf jeden Fall die Preise heute Abend an. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute Abend noch ein bisschen was sinken wird, wenn ein neues Headliner-Team rauskommt. Einfach die Panikverkäufe mitnehmen. Wenn alle verkaufen, kauft ihr ein. Ganz einfaches Prinzip. Einfach die Preise beobachten. Das soll es auch von dem Video schon gewesen sein. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Kuss geht raus. Ganz, ganz viel Erfolg in der Weekend League. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao, ciao.